Guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen, Börse, gemeinsam mit XDB. Heute ist Dienstag, der 26. September 2023 und wir wollen uns einen Blick gönnen auf die jüngsten Entwicklungen, auf den Break unter das Schlüssel-Unterstützungsniveau um 15.500 Punkte im DAX, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Darüber hinausgehend auch die Frage, war das vielleicht nur ein Undercut? Selbst wenn es das war, also besonders im Hinblick auf die Performance im S&P 500 oder auch im Nasdaq 100, würde ich sagen, dass jegliche kleine Rallye, die jetzt vielleicht auf den Weg gebracht wird, sofern sie überhaupt auf den Weg gebracht wird. Wir müssen uns immer vor Augen führen. Wir sind jetzt in den Quartalsschluss hinein unterwegs. Wir haben jetzt entsprechende Portfolio-Reallokationen, eventuell auch ein sogenanntes FX-Rebalancing, was stattfindet. Das bedeutet also aktuell, wir sehen zum Beispiel den Euro-US-Dollar zur Rung unter die 1.06 gefallen. Es gibt Kapitalzuflüsse in den US-Dollar, die aktuell stattfinden. Wir sehen deutliche Spikes in den Zinsen auf der Oberseite. Ich würde die zwar nicht kaufen, also sprich Euro-US-Dollar jetzt shorten auf den aktuellen Niveaus, kann mir vorstellen, in den neuen Quartalsbeginn gibt es eventuell einen kleinen Bounce. Aber nichtsdestotrotz ein anziehender US-Dollar beispielsweise in Verbindung mit auch jetzt steigenden Zinsen ist im derzeit etwas angeschlagenen Umfeld und vor dem Hintergrund auch der technischen Level, die jetzt attackiert und eventuell unterschritten werden, eventuell ein Grund dafür, dann davon auszugehen, dass es erstmal weitere Abschläge gibt. Also, alle weiteren Details in wenigen Minuten. Wir werden einen Blickdraum werfen, bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Deviso und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet gehen, mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Sollte man sich bitte erstmal sein persönliches Risikoprofil erstellen oder von einem unabhängigen Finanzberater erstellen lassen, dann sich kostenlos auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunterladen, schauen, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet. Insofern das dann mit Ja beantwortet werden kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risikohinweis auf xdb.com.de. Auch gerne den deutschsprachigen Kundensupport, wo ich gleich die Kontaktdaten noch einblenden werde, kontaktieren für eventuelle Rückfragen. Persönliche Angelegenheit, bitte nichts, was ich in den folgenden Minuten hier präsentiere, als Anlageempfehlung missverstehen. Das ist ein rein edukatives, rein informatives Event. Gerne die Möglichkeit nutzen, unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion Fragen zu stellen, die ich dann schriftlich beantworte oder auch im nächsten Guten Morgen Börse hier an dieser Stelle thematisiere, beziehungsweise beantworte, aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, sowohl Telefonnummer als auch E-Mail-Adresse, kurz zu xdb.com.de als Broker, bester CFD-Brokersjahres 2023, die Gründe dazu geführt haben. Hier einmal mit aufgeführt, Brokerwahl hat abgestimmt und eventuell ein Grund, der dazu beigetragen haben könnte, war die xStation und genau in diese wollen wir jetzt hier an dieser Stelle einen Blick werfen. Einen Blick werfen auf den DAX und es geht weiter auf der Unterseite. Das ist eine interessante Konstellation und nicht überraschend, würde ich an dieser Stelle sagen. Ich hatte so ein bisschen, gerade eben, das ist noch gar nicht so lange her, als ich hier mit den Live-Kunden, Entschuldigung, mit den Kunden von xDB im ersten Event dort mich unterhalten, aber ausgetauscht habe, beziehungsweise mal Einschätzung gegeben habe, habe ich gesagt, mal gucken, ob heute so viel Action stattfindet. Aber jetzt sehen wir, nehmen wir den bärischen Drive wieder entsprechend auf. Das Interessante ist, die Konstellation von gestern, ich habe einen Trade gemacht gestern, bei dem ich etwas überrascht wurde, ehrlich gesagt, überrascht dahingehend, dass ich mir dachte, es gibt gestern noch weiteren Abgabedruck folgend auf diese Abschläge, aber ich bin dort, ja, in Anführungsstrichen eines Besseren belehrt worden. Wir haben erstmal nur so einen kurzen, wie gesagt, Undercut gesehen unter die Tiefs im S&P, beziehungsweise auch in den Qs, da werden wir, beziehungsweise im Nasdaq, da werden wir gleich einen Blick drauf werfen. Und jetzt nunmehr sehen wir nach diesem kurzen Bounce, diesem Halten und meiner Überlegung vielleicht, war es das erstmal, vielleicht stabilisieren wir uns ein wenig, jetzt machen wir tatsächlich neue Tiefs. Und die Frage, die sich uns natürlich an dieser Stelle stellt, vor dem Hintergrund der Wichtigkeit dieses Support-Levels ist, kann man das irgendwie traden, beziehungsweise wie tradet man das? Ich habe gestern, also hier diese Konstellation, die habe ich hier eingezeichnet, hatte dieses mögliche Szenario skizziert gehabt. Wir sind zur Eröffnung relativ stabil reingekommen, sahen einen kurzen Pop, wir sind nicht ganz über die Hochs von Freitag gelaufen, sondern rollten knapp unter, wieder über, fielen zurück unter diese orangefarbene Linie. Das ist meine Vorteilsidentifikationslinie, die ich ganz grob erstmal nutze, um zu sehen, sind wir long oder short für den Tag. Das ist der EMA 50 auf 5 Minuten Basis und sagte dann, droppen wir jetzt unter die Tagestiefs, nicht nur von heute, die ich dann übrigens geshortet habe, das war relativ aggressiv. Das ist nicht unbedingt für jedermann der eigentliche Trade, der sauber von mir formulierte Trade, gestern früh, hier aus dem Guten Morgen Börse, der hat eigentlich hier in dieser Konstellation stattgefunden. Das waren die Tiefs von Freitag. Da droppen wir diese Tiefs und wir sehen eine enge Konsolidierung unterhalb dieser Tiefs über fast 3 Stunden unterhalb des EMA 50 auf 5 Minuten Basis. Das ist ein klares Signal seitens des Marktes, also seitens der DAX Trader an dieser Stelle oder der Marktteilnehmer, dass ein niedriges Bewertungsniveau respektiert wird und dass das dann mit Auflösung dieser Wedge Pattern, das ist vielleicht Bear Flag, ihr nennt es, wie ihr es möchtet, dass das dann entsprechend der Short Trigger ist. Wir kommen mit relativ kleinem Risiko rein. Wir riskieren gegen die Hochs dieser Formation, beziehungsweise in dem Fall sogar gegen den EMA 50 auf 5 Minuten Basis, weil seine Rückkehr rum wollen wir sowieso nicht zu sehen bekommen, also ich jedenfalls nicht. Und dann gibt es eben nochmal einen schönen Drive tiefer. Hier eine leichte Bodenbildung und die US-Märkte haben sich dann einigermaßen passabel präsentiert. Nunmehr sehen wir erneut den Break unter diese Tiefs hier von gestern, von Montag. Und nunmehr könnte man nach der gleichen Herangehensweise wie eben auch gestern agieren. Also sprich, wir würden jetzt mal schauen, es ist jetzt 9.30 Uhr roundabout, das heißt, wir warten jetzt mal ab, gibt es einen Bounce, halten wir innerhalb dieses Bounces hier unterhalb des EMA 50 auf 5 Minuten Basis, sind wir in der Lage, darunter zu halten, die Bären weiter die Kontrolle auszuüben und formieren wir solch ein Pattern erneut, solch eine Formation, die sich hier herauskristallisiert, könnten wir nochmal überlegen, uns entsprechend dann weiter zu erwartendes Abwärtsmomentum bis in Gefilde. Ich würde sagen, erstes Ziel 15.200, darunter 15.000 Punkte, uns entsprechend Short zu positionieren. Grundsätzlich bleibt abzuwarten, wie die US-Märkte reinkommen. Wir sehen es jetzt natürlich in der Vorbörse, logischerweise, wir rollen nochmal über, sowohl der S&P 500 in Richtung der Tiefs vom Vortag unterwegs, als auch hier der Nasdaq. Aber beide sind offensichtlich, also wenn man hier mal so ein bisschen reinzoomt, dann kann man doch erkennen, gestern gab es einen kurzen Stich unter diese Tiefs, also nicht nur von Freitag, sondern auch unter die Tiefs, die wir hier im August ausgebildet haben. Und dann kamen Käufer rein, das ist eine relativ lange Lunte auf der Unterseite und es ist dann etwas, der Candlestick-Theoretiker, der würde das vielleicht an dieser Stelle hier als Hammer, also als Hammer-Formation oder dergleichen bezeichnen und sieht dann eben an dieser Stelle vielleicht ein ähnliches Muster, wie wir es hier zu sehen bekommen haben, einmal im August, beziehungsweise zweifach sogar, mit Attacken auf diese Region, Lunden, die sich ausgebildet haben und dann entsprechend in Bounces. Das könnte natürlich passieren, dass es nur so ein kurzes Unterschreiten, so ein sogenannter Undercut war, aber, und übrigens eins zu eins, die gleiche Konstellation auch im Nasdaq hier an dieser Stelle, also nicht ganz unter die August-Tiefs, da könnte man vielleicht sogar, vielleicht als Optimist, könnte man eine Art relativer Stärke hineininterpretieren, ich würde das nicht überinterpretieren, im Bereich der übergeordneten Trendlinie erkennbar, ebenfalls kurzer Stich tiefer unter die Tiefs von Freitag, dann kommen die Käufer eben rein, aber wir handeln eben, das kann man hier sehr deutlich ja auch erkennen, unterhalb der 50-Tage-Linie und vor allem, was ich dann mache, ist, ich schaue mir den ETF an, auf den S&P 500, beziehungsweise auf den Nasdaq 100, also einmal den SPY und einmal die QQQ, also die Qs, die sogenannten, und was ich da nutze oder warum ich mir den ETF anschaue, da habe ich die reine Kasse von 15.30 bis 22 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, und dann sage ich, unterhalb der 5-Tage-Linie möchte ich jede Rallye eher skeptisch sehen, oder beziehungsweise nicht long sein, so könnte man es auch zusammenfassen, also das bedeutet, alles, was jetzt hier irgendwie sich in Form einer Gegenbewegung, sofern sie überhaupt stattfindet, das hängt davon ab, wie sich die europäischen Indizes jetzt natürlich präsentieren, DAX mit neuen Tiefs, insofern, das sieht ja nicht besonders förderlich aus, aber, Sache ist die, sehen wir an dieser Stelle jetzt einen kurzen Flushout und dann Run höher, ist das noch nicht das Signal, meiner Einschätzung nach, dass die Käufer wieder in Kontrolle sind, sondern dafür möchten wir eine Rückeroberung der 5-Tage-Linie sehen, also das EMA 65 in dem Fall auf 30-Minuten-Basis, und erst dann wäre ich willens oder wäre ich interessiert an Long-Engagements, denn erst dann wäre das für mich ein klares Signal, dass die Käufer wieder in Charge sind, und schauen wir uns das Bild, wie gesagt, an, dann ist abzuwarten, ob solch ein Szenario überhaupt stattfindet, wir sind, wie gesagt, durchwachsen unterwegs, ich würde das alles nicht so heiß essen, wie es derzeit gekocht wird, wir sind es nicht gewöhnt mehr, in Anführungsstrichen möchte man sagen, 3-4 Monate gab es Bullishness vom Feinsten, es gab richtig Stärke, sowohl im Spider als ganz besonders auch in den Qs, also im Nasdaq hier an dieser Stelle, niedrige Volatilität, Konsolidierung im Bereich der Jahrestiefs, 13 Punkte im WIX, also im Volatilitätsindex, im Angstbarometer auf den S&P 500, da kommt mal zwei Tage ein bisschen Abgabedruck rein, und schon ist die große Panik am Losbrechen, wir sehen es auch im CNN, beispielsweise für den Greed-Index, das Sentiment wieder sehr ängstlich, ja natürlich, wir haben anziehende Zinsen, wir haben Zinsen, die sich im Bereich der Jahreshochs, viel Jahreshochs bewegen, wir haben eine FED, die in Aussicht gestellt hat, länger den Leitzins auf höherem Niveau verweilen zu lassen, letzte Woche Mittwoch, das sind keine zwangsläufig günstigen oder Aussichten für Equities insgesamt, aber nochmal, das ist eben etwas, es wird aktuell doch ein bisschen hoch und heiß gekocht, meiner Einschätzung nach, und wir sollten unterm Strich mal abwarten, wie der Quartatschluss läuft, es sieht so ich wachsen aus, aktuell, ja, das steht außer Frage, deswegen warten wir eine klare Bestätigung ab, bis die Long-Seite wieder zu favorisieren ist, beziehungsweise favorisieren als Day-Trader kurzfristig, ganz klar Short-Engagements, so wie beispielsweise ich gestern, ich hätte mir noch mehr Dynamik auf der Unterseite auch vorstellen können, aber das sorgt erstmal grundsätzlich bei mir jedenfalls nicht dafür, dass ich jetzt in irgendeiner Form den Bären die Vormachtstellung im Markt einräume oder dergleichen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses kleine Aufkeimen von Volatilität relativ zügig sich widerlegt, und wir dann eher die Käufer ins vierte Quartal wieder die Kontrolle übernehmen sollten. Ich lasse mich gerne auch an das andere überraschen, oder beziehungsweise lasse mich gerne davon überzeugen, würde dann die Short-Seite logischerweise traden, aber aktuell, wie gesagt, würde ich das nicht so dramatisch erachten. Das heißt, meinerseits erstmal für heute gewesen. Happy Trading! Passt auf die Stops auf, wir hören uns morgen hier wieder zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XME. Ich freue mich, glaubt euch wohl, bis dann und tschüss.